Hey, frisch aus dem Urlaub meldet sich euer Don. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und ich habe reichlich News, Ankündigungen und Gewinnspiele für euch. Aber nur ein paar kleine Sachen. Aber ihr könnt den RPG Maker MZ gewinnen, also bleibt dran. So, ganz einfach, als allererstes wollte ich euch mal die RPG Maker MZ German Steam Gruppe vorstellen. Ich bin dort tatsächlich Mitglied, wenn man hier auf Mitglieder klickt, sieht man, ich bin hier, ich bin sogar online. Ha, wer hätte das gedacht? Und ich bin Gruppenmoderator in dieser Gruppe. Es gibt noch nicht viele Mitglieder, acht Stück an der Zahl, aber naja, das wächst ja mit der Zeit. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Es gibt hier unter Diskussion auch ein paar News zum RPG Maker nochmal, die ihr bereits kennt. Und ihr habt hier natürlich einige andere Optionen, zum Beispiel DonF204 Videoportal. Yay! Und noch ein paar andere Sachen. Ihr könnt dort auf jeden Fall auch Hilfe und Fragen stellen, etc. pp. Und auch über den RPG Maker MZ MV und über den Ace im Allgemeinen sprechen. Es gibt auch ein Community Event, beziehungsweise es ist geplant am 20. August. Genaue Infos folgen dann am Release Tag des RPG Maker MZ. Also am 20. August. Ja, was das genau ist, werdet ihr dann feststellen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall reinkommt in die Gruppe und an dem Event vielleicht teilnehmt. Das wäre doch mal schön. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Ach ja, falls ich es noch nicht gesagt habe, Link zu der Gruppe ist in der Videobeschreibung. Und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich der Gruppe beitretet, weil es kostet ja nichts. Es ist komplett kostenlos und wir wollen auch alle mal zusammenhalten. Auf Steam seid ihr ja sowieso angemeldet. Also warum nicht auch bei dieser Gruppe? Gut, kommen wir zu dem nächsten Thema. Das ist ein Gewinnspiel, wo ihr den RPG Maker MZ gewinnen könnt. Yay! Aber nicht das einzige Gewinnspiel für heute. Es kommt am Ende des Videos nochmal eins, also bleibt dran. So, den RPG Maker MZ könnt ihr gewinnen, wenn ihr euch hier in diesem Forum anmeldet. und Cosmo ein bestimmtes Projekt sendet. Worum es genau geht, müsst ihr euch hier mal durchlesen. Ich werde euch jetzt nicht alles erläutern. Aber ihr könnt auf jeden Fall, erster Platz, bekommt ihr einen Steam Key für den RPG Maker MZ-Sternchen. Das Sternchen bedeutet nur, dass ihr ein Steam Konto benötigt. Oder ihr könnt hier zwischen ein paar Keys auswählen als zweiter oder dritter Platz. Hier steht, welche Keys das sind. Und es gibt noch einen Sonderpreis. Wenn man unter den besten 50% gehört, dann wird dort noch ein Sonderpreis verlost. Und ihr müsst euer Projekt auf jeden Fall bis zum 30.09. Also das ist wirklich noch einiges an Zeit, einreichen. Gut, das ist wirklich einiges an Zeit. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, dass das jetzt so lange Zeit ist. Aber es ist auf jeden Fall mehr als reichlich Zeit. Und ihr werdet dort sicherlich eine coole Idee haben. Wie gesagt, ja, lest euch das Ganze durch. Lesen kostet ja nichts. Und macht ein cooles RPG Maker MZ-Projekt. Wäre auf jeden Fall cool. Dann, wenn ihr schon mal im Forum seid, würde ich mich freuen. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Würde ich mich freuen, wenn ihr hier auf Download klickt. Auf Gelegenheitsspiele. Und wenn ihr auf Eintrag erstellen klickt, dann kommt ihr in dieses Formular. Und dann könnt ihr dort euer Boss-Projekt hochladen. Und das haben einige schon gemacht. Zum Beispiel Jokan hat sein Phantom des Feuers hochgeladen. Habe ich das bereits geliked? Ich hoffe doch. Nein, habe ich nicht. Jetzt habe ich es geliked. Es ist toll. Wirklich. Jokan, hast du gut gemacht. So. Nein, wirklich Jokan. War wirklich toll. Hat mir sehr gefallen. Oder Blutopfer von... Was weiß ich. Aber das habe ich wirklich schon geliked. Ähm... Ähm... Das ist auch hochgeladen. Boss-Kampf von Ghost Ninja, der den RPG-Mega im Set gewonnen hat, ist hochgeladen. Habe ich auch schon geliked. Ähm... Und... Ankunft von Jitsu ist hochgeladen. Und Dark Lord Rising von Cosmo ist auch schon hochgeladen. Aber es sind nur 1, 2, 3, 4, 5 Stück. 19 Bosse wurden eingereicht. Ich würde mich freuen, wenn die anderen 14 Bosse alle hier hochgeladen werden. Das wäre mega geil. Also bitte Eintrag erstellen. Bei Gelegenheitsspiele, wie gesagt, einfach hier oben auf Downloads klicken. Dann auf Gelegenheitsspiele. Und dann auf Eintrag erstellen. Falls das irgendwelche Probleme gibt und ihr hier nicht klarkommt mit Eintrag erstellen. Dann, ähm... Wendet euch einfach hier in den Videokommentaren kurz mal bei mir. Wäre ja nicht das Thema. Oder ihr schreibt mich in Discord an. Dazu ist auch der Link in der Videobeschreibung, um mich in Discord zu kontaktieren. Dann helfe ich euch natürlich, euer Spiel hier hochzuladen. So, gut. Das war es soweit mit dem Forum. Wie gesagt, vergesst das Gewinnspiel nicht. Ich habe es hier. Link ist, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Macht mit. Ist eine coole Sache. Ist auch eine sehr coole Idee. Also Cosmo, wirklich tolle Idee. Finde ich sehr gut. Alles. Gefällt mir. Fragen könnt ihr natürlich auch hier dann hier unten stellen. Einfach eure Frage hier eingeben und dann auf Absenden drücken. Und ihr bekommt auch Antwort von Cosmo. Hier hat er auch bereits auf eine Frage von Quaiuzzi zum Beispiel geantwortet. Etc. pp. Ich hatte auch ein paar Fragen gestellt. Aber dann wurde an den Regeln ein bisschen was geändert. Und naja, egal. Es ist egal. Das steht dann alles hier nochmal drin. Spielt jetzt auch erstmal gar keine Rolle für uns. So, haben wir das auch geklärt. Dann kommen wir zu den News zum Abishumaker im Set. Da war letzte Woche Kampfsystem. Hat mich nicht sonderlich interessiert. Und da mache ich lieber mal ein richtiges Tutorial zu. Als euch das jetzt hier so mal nebenbei zu erklären. Das ist Quatsch, finde ich. Und ich finde auch hier die Bilder, ja. In einem richtigen Video ist das viel besser zu erklären. Finde ich persönlich. Finde ich nicht so schön. Die API Documentation. Ja. Sieht aufgeräumt aus. Ist aber wie gesagt nicht vollständig. Habe ich ja bereits gesagt. Ich kann auch mal die komische Documentation vom Abishumaker im Wii aufmachen. Die sieht wesentlich weniger aufgeräumt aus. Hier ist zum Beispiel die Bitmap Class. Das Ganze sieht jetzt so aus. Inhaltlich dürfte es so ziemlich das gleiche sein. Sieht aber ein bisschen unaufgeräumter aus. Wenn ich jetzt hier auf die Bitmap Class klicke. Dann sieht das wesentlich aufgeräumter aus. Das Ganze sieht wesentlich leserlicher aus. Als beim Abishumaker MV. Aber inhaltlich dürfte es eigentlich so ziemlich das gleiche sein. Gut. Ja wie gesagt die API Documentation ist nicht komplett. Es fehlen ein paar Klassen. Was ich sehr traurig finde. Aber und ein paar andere Sachen fehlen. Ja. Einfach nicht aufregen. Einfach akzeptieren. Und es ist halt so wie es ist. So können wir wegxen. Brauchen wir auch nicht mehr. Link kommt in die Videobeschreibung. Ich lasse es am besten noch offen. Dann brauche ich den Link nicht nochmal neu raussuchen. Link kommt in die Videobeschreibung wie gesagt. Dann hier bei der gestrigen News. Ich hatte gestern keine Zeit ein Video aufzunehmen. Ich habe da was anderes gemacht. Spielt auch keine Rolle. Ich mache es ja jetzt. War eh nicht so ultra wichtig. RPG Maker MZ Preview number 6. Der obere Teil. Die Trinity Resource Pack Previews sind übrigens sehr uninteressant fand ich. Aber als Randnotiz. Da steht nicht mal in der Überschrift drin. Und das finde ich sehr sehr merkwürdig. Da steht nicht mal in der Überschrift drin. Gibt es den Database Converter. Und der ist kompatibel mit dem RPG Maker MZ. Warum das hier als kleine Randnotiz gemacht wird. Und eine komplette News über ein DLC Paket ist. Hier das DLC Paket. Was man sich extra kaufen muss. Was überhaupt keinen Menschen interessiert. Oder fast keinen Menschen interessiert. Oder sagen wir es mal so. Das Hauptinteresse wird ja wohl wirklich an dem Database Converter sein. Womit ihr scheinbar. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ihr könnt mich auch korrigieren. Falls ihr das anders verstanden habt. Scheinbar eure komplette Database. Hier die Actors. Die Classes. Die Skills. Die Items. Die Weapons. Die Amos. Die Enemies. Die Troops. Die States. Und die Map Information. Wo ihr das tatsächlich scheinbar in den RPG Maker MZ übertragen könnt. Und das ist doch mega geil. Warum ist das nur so eine kleine Randnotiz ganz unten. Und steht nicht mal in der Überschrift. Hätte ich mir das nicht komplett durchgelesen. Hätte ich das nicht mal bemerkt. Ich muss wirklich sagen. Ich verstehe es einfach nicht. Aber es ist egal. Ihr könnt den auf jeden Fall runterladen. Den gibt es schon seit 5. November 2019. Ich habe den noch nie verwendet. Ich wusste nicht mal, dass er überhaupt existiert. Und dass der RPG Maker MZ kompatibel ist. Das finde ich ist eine echt coole Sache. Ich weiß nicht ganz, ob es tatsächlich möglich ist. Wie gesagt. Wenn ich es richtig verstanden habe. Kann man dann dementsprechend die Actors, Classes, Skills etc. Von RPG Maker MZ Projekten. Auch in den MZ übertragen. Ich verstehe es einfach nicht. Warum das so eine Randnotiz ist. Es sei denn. Ich verstehe es irgendwie falsch. Dann korrigiert mich wie gesagt. Scheinbar kann man auch Events. Hier kann man Events und Map Events übertragen. Aber da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ob das auch wirklich so funktioniert. Aber kann auch sein, dass nochmal ein Update kommt. Von dem Tool hier. Und dass es dann tatsächlich möglich sein wird. Wie gesagt. Wenn ich es falsch verstehe. Vielleicht ist es auch deshalb nur eine Randnotiz. Zwei mal nur von MZ zu MZ übertragen kann. Und nur von MV zu MV. Aber wenn ich das richtig verstehe. Geht es auch von MV zu MZ. Also ich weiß es nicht. Ich habe es so jetzt verstanden. Also wenn hier steht. Database Converter MV kompatibel mit MZ. Steht nicht genau hundertprozentig da. Hier steht halt immer nur. Will be compatible with MZ. Aber ich denke mal schon. Wie gesagt. Muss ich mir dann aber genauer angucken. Wenn der MZ draußen ist. Werde ich auf jeden Fall machen für euch. Kann ich jetzt nicht hundertprozentig versprechen. Dass es geht. Aber sie hätten da einfach. Statt dieses ganze DLC Text hier. Na klar. Die wollen Geld verdienen. Ist logisch. Hätten sie einfach mal erklären können. Ob das jetzt nur wirklich richtig funktioniert. Oder nicht. Wenn ihr da mehr wisst. Ab in die Kommentare bitte mit eurer Antwort. Ich habe es jetzt einfach mal so verstanden. Dass man zumindest teilweise MV Database Inhalte auf den MZ übertragen kann. Wäre cool. Muss man sehen. Wie gesagt. Habe ich noch nie runtergeladen. Das Tool. Hat noch nie verwendet. Ich weiß nicht mal. Dass es existiert. Bis heute. Bis ich es heute gelesen habe. Wusste ich nicht. Dass es existiert. Kann man kostenlos runterladen. Könnt ihr auch bereits verwenden. Es ist ja seit dem 5. November. Steht es zur Verfügung. Und dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal MV Projekte. In ein anderes MV Projekt. Also die Daten aus der Database übertragen. Kann man jetzt mal ausprobieren. Wie es so ist. Und dann vielleicht funktioniert es ja tatsächlich auch dann von MV zu MZ. Gut. Nächstes Thema. Wäre dann. Ja. Was war denn das nächste Thema? Ich glaube ich habe alles durchgesprochen. Tatsächlich. Wir sind schon bei 13 Minuten. Ich habe glaube ich wirklich alles durchgesprochen. Fehlt nur noch mein Gewinnspiel. Und da kommt eine kleine Ankündigung von mir. Morgen werde ich streamen. Ich hatte auch gesagt. Dass ich am 9. Also am Sonntag streame. Und mein Projekt weitermache. Mein Community Projekt. Das lasse ich ausfallen. Ich habe im Urlaub irgendwie dann doch keine Lust dazu. Das zu machen. Ja. Nimm es mir nicht übel. Ich möchte mich ein bisschen entspannen. Und ein paar andere Sachen machen. Die ich sonst halt nicht machen kann. Oder nicht dazu komme. Und dann möchte ich einfach mal was anderes machen. Aber ich werde morgen Let's Playen. Um 21 Uhr denke ich mal wieder. Also am Samstag den 8. August. Um 21 Uhr. Und da habe ich ein kleines Gewinnspiel für euch vorbereitet. Ich habe. Wenn ich meinen Steam öffne. Das war von Sazo eine Nachricht. So. Die mache ich lieber zu. Habe ich hier ein Geschenk. Für euch. Ein RPG Maker MV. Den habe ich zum Kauf des RPG Maker M sets dazu bekommen. Aber ich besitze den MV ja bereits. Und ich kenne eigentlich niemanden da den RPG Maker MV haben möchte. Also. Niemand persönlich. Also. Könnte ich dieses Geschenk an euch setzen. Und das mache ich auch. Ich werde dieses Geschenk. Den RPG Maker MV. Werde ich an einen meiner Zuschauer verschenken. Wenn ihr den haben möchtet. Ich werde das ganze verlosen. Jeder der morgen im Chat des Streams. Den ich laufen lasse auf meinem Kanal dann. Also. Ich streame morgen. Und im Chat. Wenn ihr dort kurz reinschreibt. Einfach nur. Dass ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt. Das macht bitte nur. Wenn ihr den RPG Maker MV nicht besitzt. Sonst wäre es witzlos. Also. Wenn ihr den RPG Maker MV nicht besitzt. Dann meldet euch bei mir im Live Chat. Ganz kurze Nachricht. Einfach. Ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen. Oder. Ich möchte den MV gewinnen. Oder. Ich habe den RPG Maker MV noch nicht. Ich möchte teilnehmen. Oder irgendwas. Ihr schreibt einfach kurz. Egal wie ihr es formuliert. Schreibt kurz. Einfach in den Chat rein. Dass ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt. Ich werde. Am. Sonntag. Werde ich. Auf jeden Fall. Dann den Gewinnerpreis geben. Den werde ich auslosen. Per Zufall. Unter allen Teilnehmern. Wenn natürlich nur ein Teilnehmer. Existiert. Wird er den automatisch gewinnen. In MV. Das ist klar. Weil ich weiß sowieso nicht. Wie hoch die Nachfrage jetzt ist. Weil die meisten werden in MV ja sowieso besitzen. Aber. Ihr könnt damit eure Spiele machen. Wäre komplett gratis. Ihr müsst halt wirklich nur mal kurz in den Chat kommen. In meinem Stream Chat. Und kurz mal Hallo sagen. Und. Wie gesagt. Auch sagen. Dass ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt. Also nicht nur Hallo sagen. Sondern auch sagen. Dass ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen wollt. Ich werde dann am Sonntag nochmal den kompletten Chat durchscrollen. Das dauert ja nicht so lange. Und. Dann werde ich auf jeden Fall alle Namen aufschreiben. Die. Den MV haben wollen. Und. Falls ihr dann. Gewinnt. Meldet euch bitte bei mir. Falls ihr euch nicht meldet. Innerhalb einer Woche. Also ich werde Sonntag am. 9. Den Gewinnerpreis geben. Und wenn ihr euch bis zum 16. Nicht gemeldet habt. Dann. Werde ich den Gewinner am 16. Nochmal neu auslosen. Also meldet euch bitte bei mir. Einfach. Schreibt mich einfach bei Steam an. Link in der Videobeschreibung. Wie ihr mich bei Steam erreichen könnt. Falls ihr gewinnt. Werde ich dann aber am 9. Können. Am Sonntag auch nochmal extra in dem Video sagen. Gut. Haben wir das auch erklärt. Kommt morgen einfach in den Stream. Ich werde. Denke ich mal. E-Tiles Boss. Let's playen. Kann aber auch sein. Dass ich. Dann doch. Kleines anderes. Abiturmaker Spiel spiele. Ich werde es mir nochmal überlegen. Bis morgen. Es ist noch nicht hundertprozentig klar. Was ich spiele. Das war es soweit von mir. Ich habe lange genug geredet. 17 Minuten jetzt schon. Entschuldigung. Aber es waren ein paar mehr Themen. Und ich habe versucht. Ein bisschen durchzuhetzen. Wie ihr merkt. Vielleicht. Ich habe jetzt. Alles nur ein bisschen angerissen. Aber. Ich habe das Wichtigste. Glaube ich. Reingemacht. Gut. Das war es. Ich hoffe wir sehen uns morgen im Stream. Also bis morgen. Tschüssi. Und vergesst nicht. Bei dem ABG Maker MZ. Gewinnspiel. Was ich natürlich zugemacht habe. Ich kleiner Plöppo. Vom Forum. Mitzumachen. Hier aus dem. Da. Das Forum hier. Dort bitte bei dem. Ich weiß nicht. Ob ich es jetzt hier. Hier die vergessenen Helden. Genau. Hier bitte mitzumachen. Das wäre echt mega cool. Und ich würde mich sehr freuen darüber. Und Cosmo würde sich auch sehr darüber freuen. Und eigentlich würden sich alle in dem Forum darüber freuen. Und ihr habt halt die Chance den ABG Maker MZ zu gewinnen. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben. Ob ihr mitmacht oder nicht. Das wäre auch sehr interessant für mich. Da würde ich mich freuen. Wenn ihr mich darüber informiert. Gut. Tschüssi. Bis morgen.